Hallo ihr Lieben, schaut mal, das Gärtners Lieblingsgemüse, das ist der Blumenkohl früh. Das ist noch einer der Exemplare, die wir hier hatten, den werde ich jetzt noch ernten. Und für euch kommt jetzt die gute Nachricht, denn wir können noch mehr Blumenkohl dieses Jahr haben, wenn wir bis spätestens Ende Juli ausgesät haben. Wichtig ist die passende Sorte, Blumenkohl spät, bei uns im Kiosk, im Saatgutbereich, unter Kohlgemüse findet ihr das. Ich werde das jetzt ernten, das Schätzchen, und dann gibt es das heute zum Essen. Und natürlich heißt es dann auch für uns wieder, neu aussehen. Ist ja nicht schön. Schöner kann Blumenstrauß nicht sein.